Und ich begrüße euch, guten Tag, jo Leute, was geht, hier ist der Tobi und der Henrik und heute gibt es eine neue, frisch motivierte Folge von TH Hunters in your face, bitch. Ja, und ihr seht es, wir befinden uns im Zombie-Medium. Zombie-Mode, ja, Zombie-Mode. Ja, Black Ops, Zombie, der Riese, wir haben gerade ein bisschen gerätet, welche Map wir bringen könnten, weil unsere TH Huntersfolgen mit diesen ganzen Zombie-Dingens hier, die haben eigentlich mit am meisten Klicks, mal gucken, also wir werden schauen, dass wir immer mal jetzt zur Abwechslung so ein paar Zombie-Folgen mit reinbringen, aber wenn wir das jetzt andauernd machen, dann wird es, denke ich, mal zu langweilig, dass wir jetzt noch ein paar Zombie-Mode. Deswegen, ja, heute ist es halt mal wieder soweit. Genau. Der Riese, äh, ja. Ja, bei Black Ops 2, da können wir auch was gefasst machen. Jo, gehen wir jetzt als Zombie-Kampagne. Denk mal, so ein Let's Play Together mit Henrik ist drin. So. Das ist schön. Gut, ähm, ich würde sagen, ja Henrik, da musst du aber dann bei der Let's Play Together musst du oft online sein, ne? Das weißt du. Ja. Musst du kurzzeitig zu einem Suchti werden. Ja, gut, das kann ich, glaube ich, irgendwie arrangieren. Mauer es sich ein. Genau. So, gut, okay, äh, Taktik und so, wir werden es jetzt im Spiel irgendwie spontan hinkriegen. Ich hoffe mal, wir verkacken nicht allzu sehr. Ich sehe es kommen, das Video ist nach 15 Minuten mal wieder vorbei. Und ich würde sagen, starten wir. Genau. Mal gucken, was wir jetzt so hinbekommen. Äh, ist heute übrigens, ich habe gerade erst die Playstation angemacht und Henrik war online und dann, Yeah, Tiltz und da sind ja weg. Wunderschön. Wollten wir jetzt halt mal machen. Mal gucken, wir mal. So. Schauen wir mal, was sich so machen lässt. Ich glaube, hier ist der Hauptrecht. Ja, ja. Okay. Äh, ich würde sagen, wir brauchen jetzt nicht hier so eine Scheiße. Äh, meine Tür, du bist voll scheiße, du hast mir mal... Äh, was ist, äh, komm mir mal, Kiss. Ja, ohne Spaß, Alter, nee. Brauchen wir nicht, es geht ums Überleben und jetzt nicht hier. Boah, ich habe wohl nicht den Punkt, du nimmst. Das machst du auch nicht, wenn wirklich in echt eine Zombie ab Kulisse kommt. Das genügend Menschen. Bring da mit an. Jetzt kommt ja auf einmal mit, ja, wenn das in real passiert, ja, Henrik. Klar. Ich bin halt übertriebener Fan von Walking Dead. Wenn du es wahrscheinlich nicht kennst, aber das ist geil. Doch, kenn ich. Kenn ich Walking Dead, klar. So geil. Das zeigt mir mein Freund an der Schule alle zwei Tage. Auf YouTube. Staffel 3 kommt der im... Herbst raus. Weiß ich nicht. Februar, glaube ich, ist dann auf Deutsch draußen. Hm, ist doch cool. Ja. Das stimmt. Ja, fastball. So. Die erste Runde Kedigen geschafft. Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Abo wert. Miau. So. Das Denken hier sieht aber auch mysteriös aus, Alter. Kriegst du Angst, Mann? Naja. So. Weiter geht's. Oh, jetzt kommen sie mal sogar bei mir. Was war los? Ich bin da erlöst. Henrik macht natürlich hier seine eigene Version aus. Ich messe ihn hier doch in den Kopf. Was will er denn? Leider. So geht's ja nicht. Du hast dich geirrt. Oh. Ich bin dein Meister. Knife eliminated. Hm, hm, hm. Aber ich glaube, gerade eine andere Möglichkeit als TH Chantos aufzunehmen, hätten wir gar nicht. Weil das Wetter hier bei uns, äh, bei beiden ist richtig für den Arsch. Aber bei mir stürmt wie Sau. Ist kalt. Und wir, wir haben Juli. Und, äh, bei Hemden regnet es. Äh, dieses Jahr ist irgendwie zu jeder Jahreszeit ist es nur durch Wacken. Also es gibt keine Jahreszeit, wo man sagen kann, es ist scheiße warm, es ist scheiße kalt oder irgend sowas. Nein. Alles dabei. Im Winter scheint die Sonne, im Sommer schneit's. Ja, und es ist auch so, vorher war es eigentlich immer heiß und jetzt plötzlich kommt es stumm. Erdnerwärmung. Äh, ist es beständig. Ja, beständig, ne? Ähm, wollen wir weiter? Ähm. Nach der Runde? Ja, wäre ich auch dafür und dann gucken wir mal, was ich so machen lasse. So, müssen wir mal schauen. Oh, Alter, wie verdammt viele kommen jetzt von mir. Hilfe. Boah, Hilfe. Teller, me, 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 me. Ich find', ich straighten anzu, geil. Ja, sind nice. Oh, jetzt hatten sie halt schon mehr als drei Messerstöße raus hier aus. Ah, okay, dann hast du, warte, der klettert bestimmt hier hoch. Ja, in den Arsch. Oh, fuck. Bäh, Arschkasse. Ih. Du stinkst. Du riss mein Messer. Bei mir sagt er, ohne Munition kann ich nicht arbeiten. Ja, ich auch nicht. Wer kann das schon, hallo? Oh, Munition arbeiten ist vielleicht unmöglich. Ich würde sagen, wir gehen hier hoch. Könnten wir machen, ja. Gucken wir mal, dass wir gleich zum Strom kommen. Ich würde sagen, wir könnten ja jetzt mal bis zur neunten oder zehnten Runde durchziehen. Und dann schauen wir mal, dass wir hier Lead abmachen und sowas. Nicht nach da. Magst du Strom anmachen oder soll ich? Ja, ich mach schon. Das erste Mal an die Kiste. Nix sagt, umdrehen und dann gucken. Ja, Ballistic Knife. Geh du ruhig erst mal. Er ist auf dem Boot, da kannst du mit einem Ding messen, dann kriegst du Punde. Ja. Oh, Hacker. Oh, du Null. Scheiße. Jetzt müssen wir jetzt hier ein paar Pumpe zumachen. Wollen wir den Ballistic Knife. Boah, jetzt gibt's Commando Night Pony. Ja, jetzt macht sie mal Munition toll. Hm. Was lässt sich hier machen? So viele Tote. Ey, wollt ihr mich nicht machen? Ich speise auf Jugga, ich hab nie gut hin müssen. Ja, ich eben nicht. Ach, lass mich aber. Ich müsste auch auf Jugga sparen und dann ein bisschen an die Kiste. Ich geh jetzt lieber nicht hin, dass ich jetzt was Gutes krieg. Das wäre so unfair. Ey, jetzt wird der schon frech hier. Ey, das ist ein Perk. Ja, das ist ein Perk. Ja, das ist ein Perk. Ja, danke. Ja, das ist ein Perk, als du uns zusetzt. Aber bleib lieber hier, jetzt stürzt. Achtung lassen. Oben kommen auch welche, ne? Ja. Ja, Mann. In die Runde, du hast nahe kamen. Der ist tot. Du könntest rein theoretisch die Wiederbelegung starten. Aber auch wenn das nicht da umgeht. Du schaffst das, Henrik. Wir vertrauen alle. Nur dir. Von meiner ewigen Pornage. Wo wir ja bei dem Miniclip gesehen haben. Ja. Wow, fuck. Ansonsten kaufst du halt hinter dir auf, wenn es zu eng wird. Aber das schaffst du. Es ist nur noch der eine. Oder, ja, okay. Okay, ich nehme alles zurück. Ich habe eh die tollen Waffe, deswegen. Du schaffst das, Henrik. Nur du. Hinter dir kann keiner kommen. Nicht? Nee, hinter dir kann keiner kommen. Ich habe es aufgekauft, ne? Ja, das ist halt jetzt. Ich gucke, du bist jetzt recht. Ja, gucken wir dir mal ein bisschen zu. Oh, ich bin noch gut. Ja, das ist doch gut. Ein Heiler. Bau aber kein Mist, ne? Ey. Ohne Spaß. Nur du bist ganz... Fuck, das hat gerade geleckt. Ich mache dich alle. Du bist dann ganz allein schuld. Oh Gott, wäre peinlich. Irgendwo gammelt noch einer. Hm. Dem seid. Kommt da hin irgendeiner? Nee, da kommt keiner. Bau ein bisschen auf. Ohne Kuss. Ohne Kuss. Ohne Kuss. Ohne Kuss. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich... Hier habe ich jetzt nur die M1911 erst mal eine Kiste. Ich meine, ich brauche was... Ich brauche ein Ding, was ordentlich schießen kann. Nicht so ein Pups hier. Ich würde vorschlagen, an der nächsten Runde lassen wir ein Leben, oder? Aber warum? Du hast mir eine Tange gebraucht. Na, du kannst es auch in der Runde machen. Naja, okay, da oben ist ein wenig verzwickt. Da kann man halt so leicht abholen. Ach gut, okay, dann kann ich je nach der Runde ein Leben lassen. Aber wir müssen dann trotzdem in der neunten oder zehnten Runde gucken. Aber jetzt ist halt ein bisschen... Wir haben halt... Ich bin hier noch hinten aufgebraucht. Aber das war das Sicherste. Müssen wir halt gucken, wie wir das hinkriegen. Ja. Ich gucke, soweit der... Also, ich meine, hier die Strombarrierte. Achso, ja. Aber halt, ja, wie würde ich sagen, alles guckte Verschwendung, aber wir wollen gerade auf Sicherheit spielen. Also, Nick, fick dich. Oh, hinter uns kommt viele. Oh, scheiße. Vor uns auch. Der und der uns kommen wirklich viele. Jetzt werde ich mit dem... Das ist vor uns. Vor uns kommt jetzt keiner mehr. Da ist alles sicher. Sorry, ich bin jetzt halt auf Sicherheit gegangen. Nee, wir wollen ja weit kommen hinten. Ja. Jetzt ist es bei mir sterben rum mit 10. Am besten dann hier irgendwo ein Leben lassen. Warte, das... Ja, geht den... Macht nichts. Von vorne kommt noch da auf 4. So, okay. Da ist auch Muni. Hier ist noch einer. Nee, da kommen noch... Komm noch welche. Kannst du reingehen? Genau. Das müsste der... Könnte der letzte sein. Müsste der letzte sein. Wie auch immer. Ähm. Okay. Ich musste trotzdem mal kurz an die Kiste. Ich kann den ablenken. Ja, das wäre ganz nett. Oh. Jetzt rennt er nett. Ich brauch was, was schießt, verdammte Axt, ey. Spiel hat das Ding. Dann renne ich mir schon hin. Mach das. Ja, ich glaube, ich wäre mir dann gleich die Dings zulegen. Die SDG hier. Boah, es leckt. Boah, jetzt bin ich wieder unten. So viel Blei für die Tore. Jetzt bin ich runtergefallen. Okay, warte. Ich mach hoch. Ja. Jetzt kommt er zu dir gerannt. Er mag mich. Ich glaube, ich habe jetzt noch nichts gesehen. Oh, warte. Ich kann den Kuppen. Ach so, nee. Das ist der Teleporterplan. Ach, verdammt. Von den Teleporterplan haben wir auch noch nichts gemacht. Also ich müsste erst mal gucken, dass ich jetzt mit der SDG vielleicht ein bisschen was reißen kann. Ähm. Und dann, ja. Kommst du dann erst mal wieder hinter, weil du bist dann jetzt unsere Versicherung sozusagen. Okay. Gut. Obwohl, es müssten jetzt eh die Runde Runde kommen. Ein Teleporter muss... Oh. Macht nichts. Ich hatte keine Körser. Hoffentlich kommen Hunde. Eigentlich müssten Hunde kommen. Ich... Ich habe mich nur ausgeholt. Ich habe mich nur ausgeholt. Oh, shit. Das zerstört uns alle. Ja, ganz sicher. Sollten die durch deinen Maulkorb tragen? Ich glaube, vielleicht kaufe ich mir eine Kripp über. Jetzt fängt er schon so. Okay, gehen wir ins andere Eck. Kommt zu mir, Mann. Ja, hier sind die Hunde halt sehr aggressiv. Das stimmt. Die Hunde haben mir irgendwie was Falsches gegessen. Anfang geht es zwar noch, aber wenn die zweite, dritte, dritte Runde kommen, dann kommen zu dir. Das finde ich gut. Boah, der kam von oben. Ja, das ist die Idee. Okay, warte. Ich muss... Na, warte. Gar nicht? Okay, ganz rein. Gut. Ich würde sagen, wir lassen jetzt... Obwohl, nee, wir brauchen Geld. Wir brauchen so bestimmt... Na, jeder so 4.000, 5.000 wäre ganz gut. Ich muss ja erst mal gucken, dass ich mir auch Jugger zulängen kann, deswegen... Ja, jetzt müsste halt einer vorrennen. Aber ich kann da jetzt nicht vor. Achso, egal. Ja, wir lassen die Uhr eiskalt runterlaufen. Ey, wir sind so... Oh, oben ist die Kiste, ne? Hier oben? Ja. Oh. Da hat die nächste Runde. Von hinten kommen auch welche. Jetzt auch. Hier oben. Ja, das könnte... Ich glaube, es war auf Jugger mit der STG. Es geht schon. Muss gehen. Alles gut, oder? Das ist eine STG, die habe ich mir hinten gekauft. Passt du von vorne auf? Ja. Okay, dann passe ich hinter dir auf. Oh, nein, nein. Nein, nein. Nicht nach oben rein. Okay, das ist nicht so schlimm. Ich würde auch sagen, wir lassen ein Leben. Dann können wir den Hauptbereich nicht mehr verbinden oder so. Okay, mit Teleport dann mal weg können, oder was? So, jetzt kommen sie nämlich von vorne in den Massen. Jetzt haben wir Atem. Atem, 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 Atem. Okay. Okay. Pass auf den hier auf. Auf den kleinen hier. Na, Kleiner. Da hinten kommt auch noch einer. Ja, tötet eine. Okay. Dann hole ich mir gleich Jugger. Dann hole ich hier. Gut, okay. Gut. So. Du hast du auch den auf. Ich gehe mir in den Tastball. Da müssen wir jetzt mal gucken, äh, wie wir das jetzt machen. Oh, jetzt rennt er. Hm, der hat dich. Nick hat mir ja auch mal den E-Stack gezeigt. Ich glaube, dass wir irgendwie, ähm, dann musstest du denn so ein kleines Vieh anschließen. Dann musstest du solche Figuren abschließen. Dann musstest du so einen Affen da irgendwie in den Ofen werfen. Und einen Affen machen. So, und jetzt noch einmal an die Kiste. Und dann machen wir noch eine Runde. Nächste Runde lassen wir noch einen leben. Und dann machen wir die ganzen Teleporter und so. Oder machen wir die jetzt schon? Nein, 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 nein. Nein, dafür passt das mit dem Geld noch nicht. Wir können den hier dann gleich machen. Das ist nicht das Ding. So. Hoffentlich bekomme ich noch zu viele Spritzer. Den habe ich auch gemeint halt, ne? Das ist mit dem. Warte, mach du hier, äh, aktivier du hier. Ich gehe zum Start und... Okay. Gut, kannst anmachen. Können wir uns dort noch... Ich glaube, 1500 kostet das. Wir kriegen jetzt auch hier einen Perk. Wenn jetzt hier eine New kommt, dann kannst du den mal schnell töten dann. Ich sage dir Bescheid. Das kommt... Ist das sehr extrem oder geht's? Es geht. Stimmt, ist es wirklich? Ist es so? Ja. Also mir ist halt zurücklaufen, dann... Wenn du das Video dir im Nachhinein anguckst... So, dann komm... Ich gehe es halt so, ich laufe so und dann laufst du durch die Tür durch und plötzlich laufe ich gegen die Wand. Gut, äh, willst du es wieder von vorne managen, oder? Okay, ja. Gehen wir nach der Runde ums und den Rest der Teleporter kümmern. Äh, wenn wir in die Teleporter gehen, dann, äh, musst du das, glaube ich, bezahlen. Ja, klar, komm. Ich versuche hier hinter dir ein bisschen. Ah, jetzt gibt einer. Boah. Das ist mir gut, sehr schön. Kurze Verschnaufpause. Auch mal. So, weiter geht's. Und mal zwei. Ach, das ist schön. So. Einmal Messer. Ja, bei mir kommt keiner. Danke. Verschwinden? Ja, wollte mich denn jetzt. Arsch, aber alles. Du dürft gerne kommen. Das ist jetzt gleich weg. Okay. Können wir jetzt nicht ändern. So. Noch ein Leben lassen? Ähm, na, ich glaube... Hast du Chugga? Boah, noch. Ja, ja, ich hab. Gut, Geld hast du auf jeden Fall genug. Äh, ich würde dann bei mir wieder ein Leben lassen. Und dann... Ja, dann kann ich... Dann geh ich mal in die Kiste noch. Oder bist du? Nee, nee. Boah, ich hab ja in die Kiste. Äh, hinter dir? Boah. Den kannst du umbringen. Daher kommt noch einer. Hört sich aber. Boah, 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 boah. Oh, Ballistik Nive. Ich geh noch einmal hin. Okay, aber denk dran. Wir brauchen dein Geld. Ja, klar. Fall oder Ballistik Nive? Fall. Beides scheiße, aber irgendwie. Ich könnte Ballistik Nive punchen. Ja, aber brauchst du jetzt nicht punchen. Wir müssen jetzt uns um die Teleporter kümmern. Oh, jetzt noch ein Zombie. Gut, okay. Jetzt ist wirklich der Letzte. Kommst du dann mit? Oder willst du ihn nehmen? Oder... Nee, du musst ja Geld zahlen. Na, wir gehen sogar. Boah, da gibt's ja Auto-Aim, ne? In der Zombie-Bot. Kann sein, ja. Kommst du? Ja. Ja. Ja, immer noch ein Gabriel. Ja. Ja. Vielen Dank.